Was geht ab meine lieben Freunde und herzliches Willkommen zu einem weiteren und neuen Projekt Aliens Dark Descent. Wieder einmal begeben wir uns in einen Weltraum voller Aliens, die uns schlachten, töten, ausbeuten, wie auch immer wollen. Na Kalisto, ist es... ja, weiß nicht genau, kommt nicht auf den Namen des Planeten. Angegends, ich wusste ihn mal, hab ihn natürlich professionell vergessen. Macht aber nichts, das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. So, Geschichte. Feindgesundheit ist niedrig, Feindentdeckung erfolgt langsam, Aggressivität steigt langsam, Kampagnen Todesohr ist tolerant. Viele automatische Speicherungen sind zum Laden verfügbar. Etwas Herausforderungen durchschnittlich schnell. Ich würde sagen, insgesamt sind zwei automatische Speicherstände verfügbar, die regelmäßig ersetzt werden. Einer während der Basismanagement oder Auteku und andere bei der Ruhepause... Nuh... Ich halte alles normal. Oder Mittel, wie auch immer. Aliens Dark Descent ist ein schwieriges Spiel mit einzigartigem Gameplay. Nimm dir die Zeit und liest die Tutorials, um die Spielmechanik zu verstehen und zu erfahren, wie man die Spielelemente einsetzt. ein Kodex in der Assistentenregisterkarte erklärt das gesamte Gameplay. Dieser Assistent enthält ausführliche Informationen über verschiedene Elemente des Spiels und hilft dir dabei alles besser zu verstehen. Last des Krachenmarines Das hab ich vor. Mal sehen, wie's laufen wird. 20th Century Studios present... ...in partnership with Focus Entertainment. Please be mindful of docking bay protocol at all times. Hueyland, Utah, Building Better Worlds. All vessels, be advised, and due to local storms, we currently have no coming. No contact with Leithy. Just hold tight until planetfall. We'll guide you as long as we're in range. A game by Tindalos Interactive. USS Otago from Pioneer Control. All transit corridors show green. You are cleared to begin proving trials. Try not to hit the planet. Over. Can't guarantee that Pioneer Control, but we'll see what we can do. Over and out. That's so good. jumping to extends... week per month. Amongst sometime in the Vietnam War. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alien's Dark Descent Any news from Lisey Ace? Sorry, sir. We're having a hard time reaching anyone. That storm probably... Damn. Must be one hell of a hurricane to cut us from the whole planet. Chief Administrator, I'm showing a weight discrepancy on the Bentonville's manifest. They just asked for a takeoff accreditation, but half the shipment is still a dock. Half, you say? Well, we just earned a bonus. I'll allow them to take off right away. Protocol dictates... How many times? Company protocol doesn't mean anything out here. What works, works. And we're already behind schedule. Director Price... And if I do recall correctly, Deputy Administrator Hayes, your shift ended half an hour ago. So get the hell off my command deck and let me do my job. I don't care what McDonald's says. Something is wrong here. I can monitor the Cargo Bay camera security feed just as well from my office. Okay, so bewegen wir die Kamera. Dreh die Kamera. Oder benutze Q&E. Okay, verstehe. Außen reinzoomen. Während deiner Mission musst du mehrere Ziele erfüllen, um die Geschichte fortzuführen. Später kannst du Sekundärziele abschließen, um versteckte Ressourcen sowie zusätzliche Informationen über den Ort zu entdecken. Die Ziele erscheinen oben links auf deinem Bildschirm. Sie werden in der Spielehansicht durch ein Zielsymbol angezeigt. Folge der Zielanzeige. Erreiche dein Büro, um die Kameraübertragung für Laderäum 4 zu überprüfen. Bewege deinen Charakter mit der rechten Maustaste. Achso, muss genau auf den gelben Kreis machen. Türen mit grünen Lampen öffnen sich automatisch, wenn sich der Charakter ihnen ernährt. Hallo Männer. Türen mit grünen Lampen öffnen. 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 Ich würde gerne wissen. Ah. Kann ich nicht mit den Reden so interagieren? Die Tür ist grün. Lass mich rein. Lass mich rein. Was haben wir hier? Geheime Sachen. Secrets. Maybe. Information. Okay, hier kann ich nichts machen. Was machst du da? Bist du nicht der, der gerade eben dem einen, der das Ding mal kopfgezogen hat? Aha. Oh, useless, substandard, piece of... Just another day on Pioneer Station, is it? You got that right. Any sign of that maintenance budget increase McDonald's keeps promising? What do you think? Well, it'd better come through soon. We're holding this place together with duct tape. No wonder half the crews fled planetside. I hear you. Just do what you can, okay? I'll take the matter up with HQ. Ah. Going over McDonald's head? You won't like that. Don't I know it? Okay, aber cool, dass wir dann ein Gespräch machen. So, ab in die Cafeteria. Well and Yutani Corporation. Noch scheint hier alles ruhig zu sein. Ziel abgeschlossen. Was geht bei euch beiden? Ich sehe nicht oft nicht hier, Administrator Hayes. Sind Sie verloren? Do you need me to show you to your room? Last time I checked, you couldn't find your own ass with both hands. I'll pass. Dayum. Spannung ist angestiegen auf jeden Fall hier. Okay, die sagen nix. Hat Administrator nicht eigentlich voll der wichtige Titel? Können die mich alle so beleidigen? Oder so? Oh, wo kann's sein? Na, was haben wir hier? Grüner Licht da ohne. Fly Shuttle Bentonville, secure for launch. All crews, this is your two minute warning. Shit. Need to hurry. Ähm, mit. Kannst du rennen? Ah, so. Äh, ich lass mich hier nicht hetzen. Ganz Zeit zum Hetzen. Warte, er? Oh ja, ich sehe schon. Der sieht aus wie ein Alien-Parasit. Okay, aber immerhin kann ich rennen. Das ist gut. Der fuck, ist hier los? Hier ist auch ein grünes Licht. Ein grünes Licht. Und ich werde es nutzen. Oder auch nicht. Hier ist auch nix. Was geht über euch beiden? Was habt ihr gesehen? Gar nichts. Was ist hier? Aufzug darf ich auch nicht nutzen. Aufzug. Joghurt. Wait. Was ist denn, wenn sie ein Symbol ist jetzt? Da war das Symbol von... Oh, warte, Moment. Hä, ne, doch nicht. Okay, ich dachte... Ah? Ne, okay. Soll erst aus wie so eine Kiste oder sowas. Jetzt wird hier aber mal ein bisschen gesprintet. Die Beine in die Hand genommen. Was haben wir hier? Ah. Mach bloß den Job anständig, Alter. Sonst gibt es eine Gehaltskürzung. Dann kannst du hier die Toiletten putzen, Minion. Und die sind nicht so schön sauber. Hier habe ich nämlich alle voll geschissen. Jede verdammte einzelne Toilette. Ah, die Kiste. Und nicht ein bisschen Loot. So viele Türen. Ah, okay. Ah, ja. Okay. Da kann ich rein, oder? Hier war die Mensa. Hier ist der Gang. Geh sofort da rein. Einmal kurz gucken, was hier unten ist. Das ist... Nicht unser Zimmer. Kann ich hier irgendwas nehmen? Nö. Ah, nur. Na, komm. Lauf schnell. Büro erreicht. Du bist in deinem Büro. Überprüfe die Kameras. Mit Linksklick kannst du ein interaktives Element auswählen. Wähle die hervorgehobene Konsole, um sie zu benutzen. Sobald du das interaktive Element ausgewählt ist, können verschiedene Interaktionsmöglichkeiten angezeigt werden. Wähle die Interaktionsoption, um deinen Computer zu benutzen. Nutze deinen Computer. Willkommen, Administrator Hayes. Was ist denn da drin? Ich muss einen näheren Blick nehmen. Kamerabild überprüft, okay Erreiche den Aufzug Der war da unten, ne? Kann ich jetzt hier in sein Büro Was klauen oder nehmen? Vor allem fällt das nur mir auf Und sind die wieder alle so egoist Nein, dies Dafür muss ich doch hier was klauen können, bei dem Wichser Der auch immer hier wohnt Oder auch nicht Dann laufen wir mal schneller hin Wenn man hier nichts nutzen kann Ich finde es auch geil, dass sie einfach nichts gesagt haben Oder die laufen hier einfach durch Informiert niemanden Ihr werdet alle sterben, Idioten Aber soll ich mir mal was sagen? Ihr seid mir egal Eure eigene Schuld Äh, zur Andockbucht Finde einen Weg zum Laderaum Dort stimmt etwas nicht Wer ist er denn, Alter? Öffne eben die Karte Maikos Standort wird zusammen mit ihren Erfassungsbereichen und dem Kamerawinkel angezeigt Verstanden? Links auf der Kartenbildschirm werden alle aktivierten Ziele der Mission angezeigt Du kannst das aktuelle Ziel auswählen, indem du darauf In der Liste der Ziele auf links klick oder in einem Ziel auf der Karte auswählst Wenn ich das hier auswähle, halt einfach Oben rechts auf dem Kartenbildschirm werden alle Stockwerke des Standorts angezeigt Du kauf dem Stockwerksymbol links klick, um das gewünschte Stockwerk auszuwählen Wähle die Schaltfläche zurück Um die Sektorenkartenanzeige zu schließen Ja auf links drücken, ich muss einfach zurückgehen, ok Was ist der schnellste Weg? Die runden irgendwann damit Oh, jetzt reden die nicht weiter, scheiße Hast du was zu sagen da hinten? Ah ne, noch nicht, noch nicht Wollte gerade sagen, die kann man runter, aber Ok, er geht einfach Was ist das für ein Asi? Du da Du hast was zu sagen Nö, du hast was zu sagen Nö Sehr ruhiges Volk hier Die ersten flackernden Lichter Keine Menschenseele mehr hier Kommen kein Fels auf? Habe ich kein Headset oder so? Mach doch Meldung Tote im Laderaum Tote im Laderaum Wiederhole, Tote im Laderaum Das kann man doch nicht ignorieren Ich weiß nicht, ja Nimm die Waffe Vorsicht ist besser als Nachsicht Du kannst Linksklick in der Umgebung halten Um Charaktere zu befehlen Nach der Waffe suchen Waffe genommen Sieht aus wie eine Plattform Schau dir das mal genauer an Scheiße, was stand da mit dem Längsklick? Ich hätte auch gesagt, ich hab hier so'n Das ist leider zwischen der Welt gedruckt Also ich hab mit dem Längsklick So kann ich mich Schocken gerade, dass die Kamera da hinspringt Kann ich mich umsehen? Der ist tot hier Guck mal, der hat richtig Angst Ah ne, der hat die Waffe in der Hand Okay Lebst du noch? Das ist auch nix Und da ist der Kasten, der geöffnet wurde, ne? Was war denn in diesen Dingern dran? Hier ist alles tot und kaputt Ich bin der Einzige, die eine Meldung bekommt Was ist denn das für ein Chef? Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist nicht Trimenite Verlass denn den Laderaum? Ja, fucking fast, würde ich sagen Da hinten ist ein Schweißgerät Techniker untersuchen Time to get it sealed up Whatever that thing is Can't chew its way through a door Get it together, Michael Oh no Was ist denn das für ein Chef? Was ist denn das für ein Chef? Scheiße Okay, wir müssen ja schnell Scheiße There ist etwas in dir Geh' aus mir, Michael Ich kann nicht das Ding Ich kann nicht das Ding Ich muss das Ding Ich muss diese Scheiße diese Scheiße Da hinten ist ein Scheißgerät Da hinten ist ein Scheißgerät Okay, okay Zeit, um es zu schrauben Whatever das Ding ist Ich kann nicht die Scheiß durch eine Scheißgerät Oh nein. Komm schon. Komm schon. Oh nein. Komm schon. Ich dachte, ich dachte. Was war der Bentonville? Was bist du? Die Dachru und Cargobay 4 sind tot. Tot? Das ist nicht lustig. Was ist etwas los und kalt? Power failure. Power failure. Engage emergency generators. Was ist passiert? Was ist das? Dad! Scheiße! Scheiße! Sicherheit! Ich muss zur Sicherheit kommen! Ähm. Ähm. Das war die Wahl. Das ist Administrator Hayes. Der ist eine Art infestation. Otago. Du musst unterzeichnen Benvenvillen, bevor sie die Systeme verlassen. Kannst du høre mich? Otago? Please copy. Ist alles okay? Please copy. Dammit! Coms are down. Ich kann nicht fixe ihn von hier. Ich muss nach der Coms-räume. Ich habe recht, dass die Kommunikationsräume um unsur und Tego zu gelangen. Wo ist ja? Da hinten? Oh. Okay. Good job, Luis. Alert! Alert! Station Integrity compromised. Fuck. Ähm. Ich muss dort hin. Dann hier aus. Ja. Dann hier. Manning? Manning? Es ist da. Es ist für mich. Manning. Du kannst hier nicht stehen. Nein, nein. Ich kann mich hier nicht sehen. Geh weg! Geh weg! Okay. Just... Geh deine Kopf weg. Kann ich ihn hier einfach erschießen? Kann mich hier nicht lehnen. Ich glaube, du träumst, Junge. Was ist das denn für eine Pussy? Das kann mich hier nicht sehen. Ist hier einer drin? Oh. So. Eine Information. Geh mal rein da. Nehmen wir schon mal die Taschenlampe einmachen. Ach, mein Kollege, Daniel. Daniel. Ich habe keine Ahnung. Ich wünsche, ich könnte dir helfen. Geh mal. Die Bentonville. Ich muss diesen Schiff. Daniel. Unsere Planeten Quarantäne Quarantäne. Sie sind immer operativ, nicht wahr? Ich glaube, so. Der Administrator. Was mache ich? Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist das. Das müssen wir auf dem Planeten kommen. Wenn sogar einer von der Welt entfernt werden. Nein. Keine Wahl. Ich kann sie verhören. Ich kann sie verhören. Genau. Ja. Erreicher den Kerberus Raum. Die Kommunikationssysteme sind ausgefallen. Obwohl zum Teufel bin ich. Hier. Ne. Da. Daniel. Du bist doch der Roboter. Kannst nicht mitkommen? Mein Freund. Ja. Ja. Du müsstest die Dinger noch easy plappen machen können. Super. Großer, leerer Raum. Ich gehe links rum. Hier ist ein bisschen mehr Deckung. Ich gehe links.